Der Weg zur digitalen Fabrik ist unser Thema heute. Und unser Gast ist Martin Zentara, ein professioneller Berater für Lean Management. Herr Zentara, herzlich willkommen beim Business Talk am Kodam. Wir sprechen heute über Digitalisierung in der Wirtschaft. Ein großes Thema, ein wichtiges Thema, ein andauerndes Thema. Und ganz besonders möchten wir aber heute mit Ihnen gemeinsam einen Blick in die Industrie werfen. Und wie stark ist diese denn eigentlich von diesen ganzen Transformationsprozessen geschaffen? Die Industrie kann sich gegen die Digitalisierung eigentlich nicht wehren. Wir werden weiterhin das Netz der Dinge aufbauen. Aber wir müssen unterscheiden zwischen Automatisierung und Digitalisierung. Viele Unternehmen meinen, wenn sie Roboter einsetzen, ist das das Thema der Digitalisierung. Ein Roboter ist aber nur eine Automatisierung. Die Digitalisierung heißt auch, die Informationen mit zu verarbeiten und Informationen zu gestalten. Stellen wir uns vor, Sie bestellen ein T-Shirt bei irgendeinem Hersteller. Und in dem Moment, wo Sie das T-Shirt bestellen, fängt jemand an, Stoff zu weben. Aber nicht Stoff zu weben in einer etlichen Breite, sondern nur Stoff zu weben, der denn genau dem Strickmuster oder beziehungsweise dem Schnittmuster entspricht. Und diese Teile werden dann zusammengefügt. Und das Netz weiß, wer welche Teile zu welchem Zeitpunkt baut und liefert diese Teile, diese Information, wo diese Teile sind, an den, der die zusammennäht und er näht die zusammen. Und innerhalb von 24 Stunden haben Sie Ihr T-Shirt auf dem Tisch liegen. Heute machen wir das alles noch über wahnsinnige Lagerhaltung, über Bestände. Aber es geht darum, eben diese Information, wo ist was, zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung, für alle sichtbar zu machen und dann zu vernetzen. Das hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen auf Datensicherheit. Das müssen wir natürlich berücksichtigen. Definitiv. Und in diesem Zusammenhang der Transformation in der Industrie wird oftmals von Industrie 4.0 gesprochen oder eben auch von der digitalen Fabrik der Zukunft. Schon heute arbeiten ja, wie Sie gerade gesagt haben, Mensch und Maschine eigentlich Hand in Hand. Es werden viele Abläufe auch da schon prozessoptimiert. Und Industrieroboter, haben Sie auch gerade gesagt, gibt es zu genügend in fast jeder Industrie. Und Sie übernehmen auch einen großen Teil der Montagen, auch der Produktion. Das heißt, wenn wir mal so ein bisschen schauen in die jetzige Realität, in das Hier und Jetzt, haben wir nicht eigentlich schon eine digitale Fabrik der Zukunft? Wir haben die digitale Fabrik der Zukunft noch nicht. Wir haben zwar viele Informationen, die an einzelnen Stellen verfügbar sind in unterschiedlichen Systemen, aber wir haben die Systeme nicht aufeinander abgeglichen. Es gibt das Warenwirtschaftssystem, was mit dem Produktionsleitsystem nicht zusammenarbeitet. Es gibt die Betriebserfassungsdaten, die nicht in dem Gesamtsystem ersichtlich sind. Transformation oder beziehungsweise Weitergabe von Informationen von einem zum anderen System über Schnittstellen ist sehr schwer. Wenn wir diese Informationen in einem Standardformat, sage ich mal, insoweit zur Verfügung stellen würden, dann könnten wir diese Informationen auch wesentlich besser, schneller verarbeiten. Systemunabhängige Informationsverarbeitung, so gesehen, egal aus welchem System diese Information kommt, über eine bestimmte Kodierung, sollte das gleich sein und dann auch überall durchlaufen können, um die Schnittstellen denn auch zu reduzieren. Ich glaube auch, dass die Hersteller von Programmen sich immer weiter öffnen müssen, um denn diese Digitalisierung auch mit unterstützen zu können. Ansonsten schießt man sich ins Aus und wenn man die Sachen sieht, die gemacht werden, dass denn SAP zum Beispiel eben auch auf eine webbasierte Form geht, um Informationen besser verarbeiten zu können, dann sind das die ersten Schritte, die denn dahin gehen, ein Gesamtsystem zu erarbeiten, was die Information in einer Hand, also an einem Punkt verwalten kann, um nicht tausende Punkte zu haben, Datenbanken zu haben, in denen denn Informationen sind. Und der Austausch führt immer dazu, dass es denn zu unterschiedlichen Interpretationen kommt. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es gibt viele einzelne Bereiche, die schon gut durchdigitalisiert sind, prozessoptimiert sind, die auch in diesen verschiedenen Bereichen gut laufen, aber es fehlt so diese holistische Gesamtverarbeitung, die Sinn macht, oder? Genau. Aber auf der anderen Seite entstehen aber auch Gefahren, dass ich eben Prozesse, die ich habe, einfach nur für diesen Prozess eine digitale Unterstützung suche. Und so habe ich das letztens gesehen, dass in einem Unternehmen wurde der Transport digitalisiert. Sprich, es gab ein intelligentes Fördersystem, selbstfahrendes Fördersystem, um was sich keiner mehr kümmern muss, aber es führt eben dazu, dass denn die Transportwege, die früher da waren, heute auch noch gefahren werden. Und dann ist die Frage, ist das das Richtige, die Verschwendung zu digitalisieren? Da war es nicht möglich, von einer Maschine zur nächsten Maschine Material zu geben, sondern man musste erst übers Lager. Und dann ist die Frage, die Maschine weiß doch, dass sie es braucht und wäre es nicht besser gewesen, die Maschinen hintereinander zu stellen und den Transport zu eliminieren? Das sind dann auch Fragen, die wir uns denn dabei stellen. Sie unterscheiden zwischen prozessorientierter und auch zwischen funktionaler Aufstellung von Prozessen. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen genauer erklären, auch an einem Beispiel vielleicht? Ja, heute sind die Unternehmen funktional aufgestellt. Wir betrachten alle Funktionen einzeln. Wenn der Einzelunternehmer da ist, der hat alle Funktionen in sich. Die One-Man-Show muss alles selber machen. Da gibt es keine Aufteilung. Aber sobald wir dann die erste Aufgabe abgeben können, dann sagt er, okay, ich nehme jetzt den Steuerberater, der macht jetzt für mich die Steuer. Oder ich habe meinen Bankberater, der macht für mich die Finanzen. Und dann wird das immer Inhouse gemacht. Und dann gibt es den Finanzposten, dann gibt es den Personalposten, dann gibt es den Qualitäter, dann gibt es die verschiedenen einzelnen Funktionen, die da sind, mit den Aufgaben verteilt werden. Das führt aber dazu, dass, wenn ich denn in den Prozess schaue, ich immer wieder Schnittstellen habe. Ich muss zum Personaler, ich muss zum Finanzer, ich muss zum Produktioner, ich muss zur Logistik, ich muss zur Qualität. Alles Schnittstellen innerhalb des Prozesses. Und an jeder Schnittstelle entsteht irgendwie eine Wartezeit. Und diese Wartezeiten, die führen zu Verschwendung aus Sicht des Kunden. Ich möchte nicht so lange warten. Ich möchte das Produkt innerhalb von 24 Stunden haben. Und dann stört jede Wartezeit innerhalb des Unternehmens. Wenn wir die prozessorientierte Aufstellung nehmen, dann ist die Frage, welche Funktion benötigt mein Prozess? Was muss ich im Prozess alles leisten, damit der Wert am Ende erstellt ist? Ich schaue also nicht mehr auf die einzelne Funktion, sondern ich schaue darauf, was muss ich im Prozess leisten? Und was ist wertschöpfend, was ist nicht wertschöpfend, was ist Verschwendung? Das schaue ich mir an und suche mir dann die Mitarbeiter, die diese Aufgaben erfüllen können. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann generelle systemische Vorgaben nicht mache, aber der Prozess muss soweit ertüchtigt werden, dass er eigenständig laufen kann und mit allen Funktionen, die er benötigt, um diesen Prozess durchzuführen. Also im Vordergrund steht wieder vom Kunden, also vom Wunsch des Kunden zu Kundenzufriedenheit, in dieser Blickrichtung alles zu machen, damit denn der Kunde schnell beliefert wird. Das heißt, es bringt gar nicht so viel, vorhandene Prozesse nun auf Zwang zu digitalisieren, so wie sie sind, so wie sie ablaufen, sondern ich muss nachdenken oder sollte nachdenken, wie kann ich denn überhaupt diesen Prozess mithilfe der Digitalisierung auch effizienter, besser gestalten? Es ist schon immer so, dass ich denn, wenn ich in Unternehmen bin, dann frage, was sind denn eure Prozesse, das dann zu großem Schweigen kommt, dann werden zwei, drei Prozesse aufgeführt, aber dann ist dann auch schon Schluss. Und wenn ich dann frage, zum Beispiel die Personalabteilung, was sind denn eure Prozesse und was, wenn ihr den Prozess nicht benennen könnt, was sind denn eure Produkte und für wen macht ihr diese Produkte und wer ist denn überhaupt euer Kunde, dann wird das sehr spannend, dann sucht man ganz tief und nach und nach kommen dann auch diese Aussagen, was denn tatsächlich diese Prozesse sind. Ein Unternehmen hat sicherlich um die 60, 70 Prozesse, die betrieben werden und die muss ich alle in Richtung des Kunden versuchen zu optimieren. Die Herausforderungen, die die Zukunft mit sich hält, werden definitiv nicht kleiner, sondern größer. Wie kann ich mich denn als Unternehmen bestmöglich wappnen? Wie kann ich mich vorbereiten? Wir sehen, wie schnell und wie schnell lebe ich die Welt ist, wie schnell sich sicher geglaubte Lieferketten verändern und das Thema ist sicherlich, ich muss einen robusten Prozess schaffen innerhalb meines Unternehmens. Das, was ich tue innerhalb des Unternehmens, muss also robust sein, muss flexibel sein, auf Veränderungen reagieren zu können. Diese Randbedingungen, die dazukommen, wie reagiere ich auf Energieverteuerung, wie reagiere ich auf Lieferketten, Schwankungen, das sind Dinge, auf die müssen wir uns sicherlich immer stärker jetzt einstellen und das Augenmerk aus gut gesicherten Prozessen nach außen hin zu schauen, wie sichern wir die Lieferketten. Das, was wir bisher gemacht haben, war, unsere Prozesse waren nicht ganz so sicher und das haben wir durch, ich hätte mal gesagt, durch Überschusslieferung, durch große Bevorratungen haben wir das ausgeglichen. Jetzt sehen wir, dass die Bevorratung aber nicht ausreicht, weil Lieferketten abreißen, aber unsere Prozesse qualitativ nicht unbedingt das bringen, was wir eigentlich davon erwarten dürfen. Und hier gilt es dann sicherlich, die Prozesse zu optimieren, das sicher zu machen, innerhalb des Unternehmens, sich innerhalb des Unternehmens so weit zu optimieren, dass ich flexibel bin, um auf die äußeren Einflüsse gut reagieren zu können. Ich kann manchmal die Welt außen nicht beeinflussen, aber ich kann das, was ich tue, so gut wie möglich tun, um denn dann auch langfristig zu überlegen, wo geht das Ziel hin, jetzt kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Die Frage ist, was kann ich jetzt für die Zukunft in drei, vier Jahren lernen und in welche Richtung kann ich dabei gehen und was bedeutet das für mich? Wir werden mehr lokal agieren, nicht mehr so weit global. Unsere globalen Lieferketten, Asien, Russland, das läuft alles nicht mehr so, wie es denn laufen sollte. Wir können auch da nicht mehr so fertigen, also ist die Frage, wie stellen wir uns für die Zukunft aus? Und Deutschland als Produktionsstandort ist mit Sicherheit immer noch interessant. Vor allen Dingen mit weiterer Digitalisierung brauchen wir immer mehr Fachkräfte und die haben wir, denke ich, hier genug. Ja, und wie intensiv, heftig und auch plötzlich so eine Disruption passieren kann, das haben wir ja nun sehr gut auch in den letzten zwei Jahren gemerkt. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und ich freue mich auf ein nächstes Gespräch. Herzlichen Dank.